Sind das etwa nun eindeutige Beweise? Seit Tagen verbreitet sich ein und dasselbe Video. Überall im Internet findet man Loredana und Suna, wie sie gemeinsam nach Paris fliegen. Fotos von der Hand haben sie selber veröffentlicht. Damit haben sie für einen kräftigen Wirbel gesorgt. Doch ein Video soll Loredana und Suna nun zeigen, angeblich sollen es die beiden Rapper sein. Bestätigt wurde allerdings noch nichts. Trotzdem glauben die Fans, dass es die beiden sind. Wenn ja, dann liegt Loredana auf dem Schoß von Suna. Es scheint also so, als seien die beiden schon eine ganze Weile zusammen. Was denkt ihr? Läuft zwischen den beiden was? Und warum sagen sie nichts dazu? Ich bin gespannt auf eure Meinung und freue mich, wenn ihr Check the Celeb abonniert, um immer up-to-date zu bleiben. Wir hören uns im nächsten Video, bis dann!